Funky! Groovy! Einfach geil! So, Katze, Funky, rein, moin! Hört mal zu! Hört mal! Voll der karibische Flair! Flair! So, jetzt Funky, rein, moin! Ja, moin! Guck mal, da ist der! Wenn der Blitze jetzt erst mal direkt getroffen hätte, hätte ich mich voll gefreut. Nein! Sorry, aber ich hätte das lustig gefunden. Funky war also auch so ein 80er-Jahre-Wort. Offenbar. Ja. Dann schütte ich mir Tee hinein. Und ralle wohl auf einem Bein. Ja. Du hast jetzt ja hier voll die Skills mit deiner Feder. Renn! Da oben ist Wert. Wie kommt man da ran? Auf dem Pupar. Und er weiß noch nicht, wie ihm geschehen wird. Ja, schön. Das ist ja voll die Abzocke. Vor allem, weil links die mit den blauen waren. Da kommst du jetzt gar nicht mehr ran. Doch, mit dem hier. Der fliegt doch, oder? Nö. Wer macht denn so einen Scheiß? Nee. Oh Gott, das ist voll... Kann man den von unten töten? Ja, ne? Ja. Mit so einem Russian Kick. So, jetzt warte mal. Kann ich von hier rüber auf den Yoshi? Nö. Nein. Da ist voll die Abzocke, ey. Was soll dieser Scheiß Yoshi da? Der soll dich nur ärgern. Oh, warte mal. Wir haben gar nicht so viel Zeit, sehe ich gerade. Oh, shit! Das ist das legendäre Level, wo man sich beeilen muss, glaube ich. Scheiße! Und das habe ich leider schon verkackt. Oh Gott, also Russian, bitte. Was rusht, wenn man ihn braucht? Der ist weg. Scheiße. Der ist gerade am... Los, 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 Digga! Geil! Ja, genau so. Mit Vollgas-Szene-Abgrund. Ich hatte gehofft, ich könnte auf dem vorher landen. So, ich gebe jetzt mal Senf. Ja, gib Senf! Senf! Ich glaube, ich erst gleich einen Mini-Knopf was nach dem Part. Mit Senf? Ja. Die sind auch von Weihnachten. Ich habe sogar noch einen Schoko-Nikolaus. Der Penner hier, der verzögert das Ganze voll. So, Rallen. Rallen ist Lifestyle. Oder nein, das tue ich nicht, weil Mama hat heute Geburtstag und bestimmt gibt es Kuchen daheim. Alles Gute, Katzen-Mama. Nein! Das ist voll die Scheißstelle. Das ist voll die Scheißstelle. Ich sage, Scully, der Ralli hat dir alles Gute gewünscht. Das ist quasi mein Geburtstagsgeschenk. Ja. Da würdest du sagen... Oh mein Gott, das ist gut! Scully, der Ralli! Oh mein Gott! Schlieb denn vor! Der sieht so geil aus! Schlieb denn vor! Scheiße! Hast du gerade eine Katze gemacht? Ich habe gerade eine Katze gemacht. Ich habe gerade eine Katze gemacht. Was schlieb denn vor! Das ist Scully! Wow! Das stinkt man ja gar nicht ab. Ich habe ihn noch getroffen. Ich dachte, dann bounce ich so in die Luft. Ich muss mal kurz einen Partner haben. Ähm... Ich kann es mir denken. Das ist Scully! Ich schlieb doch mal! So, Rallin! Moin! Keiner kann mich wieken! Moin! Wieken sie sich! Warte mal, ich könnte auch... Obwohl, der hat so einen Stachel auf dem Kopf. Ja, ich glaube, der will das nicht. Das ist so eine preußische Pickelhaube. Das ist ein Deutscher. Nein! Und mit Deutschen will ich mich hier nicht anlegen. Komm, den kriegt jetzt noch seinen Bruder. Schade. Aber ich hatte es mir gewünscht. Das ist ein Deutscher. Äh... Egal. Das gönne ich mir. Ja, scheiße. Jetzt habe ich ein Problem, oder? Wie soll ich denn jetzt hier durchkommen? Weiß ich nicht. Äh... Moin! Du musst hier groß sein, oder? Das ist ja voll kacke. Komm mal her, Bruder! Ach, da oben gibt es einen Stern. Supergeil. Aber was will ich denn jetzt mit einem Stern? Hä? Das ist doch voll der Kot. Also muss ich da auch noch groß sein, wenn ich da bin. Richtig, ja. Ist ja scheiße. Oder es gibt vielleicht noch eine Möglichkeit da außen rum auf diesen Notenblöcken zu jonglieren, aber... Katze, was machen Sie da? Sie haben keine Zeit für solche Sternzeichen. Ja, ich dachte vielleicht... Vielleicht bringt das ja was. Ja. Der Links guckt voll terppig. Ich liebe das, wenn die in dieser Situation hängen geblieben sind. Hängen geblieben. Oh, den lasse ich jetzt nicht drauf. Ah! Wie viele habe ich weggestoßen? Wie viele? Alle. Alle. Wow! Wow! Das war... Scheiße! Aber im Prinzip gut. Oder? Aber irgendwie auch geil. Ich finde das voll schlimm. Ich finde das voll schlimm. Yay! Yay! Ich wäre dafür, dass du nicht in diesen Abgrund springst. Puh, scheiße. Wäre das vielleicht möglich? Ich habe das Gefühl, dass ich einfach bei diesem Projekt nichts mehr reißen will. Doch, du machst die Front Door dann. Achso, ja. Ist dann wieder mein Level. Mhm. Du kriegst ja ein Leben. Ich mach das jetzt. Ja, mach halt. Wieso hat Katze eigentlich nicht konstant neu ein Leben? Das ist eine gute Frage. Ich habe die Yoshi-Coin abgegriffen. Das hätten wir mal einführen sollen von Anfang an. Ich finde, Leben sind jetzt eh überbewertet, weil hier auf der Special Road... Äh, Special Road. Star World. Nein, Special World. So heißt das, ne? Oh, aber was ist das hier für eine Quotierung? Machen sie gerade noch irgendwelche fancy Sachen mit dem Internet? Oder ist der Upload schon fertig? Ich lade... Ich lade den... Sie lädt den... Was? Den Montag Part. Ja, schon verstanden, aber... Scheiße, das wollte... Oh! Oh, das geht ja. Dann ist ja alles gut. So. Pilz. Und rüber. Und den... So, pass auf, wir machen das jetzt mal ganz clever. Und holen uns hier den Stern da raus. Hahaha. Geil. Nicht mal... Nicht mal... So. Wie weit müssen wir denn hier noch? Weiß nicht. Wow. Da rein? Nö. Schade. So weit waren wir noch nie. Dies ist die Wahrheit, aber ich hab auch nur noch 100 Sekunden gleich. Da kommen die Goomba! Niemals! Da guckt der Goomba extra grumpy hinten. Ah! Die Wurst war's wieder. Da muss man doch warten, damit der seine Pause macht. Aber ich meine, wenn man wartet, dann wird man ja gebraten. Das reimt sich sogar. Ich hoffe, ich hab keinen... Ne. Alles gut, ne? Ja. Alles supergeil. Du- 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 du. Drrt- drrt, mr brrt. Es war der Rally. Ar biterическая. Irr am Apparat. Ich wünsche ihnen alles Gude. Du ist eine Geburtstag CD für deine Mutter Ing. consolung. Meine Mutter heißt nicht Ing.сон. Makes doch nichts. Aber die Rallying Stones funktion saving nur fürŒn. Muss man sich jetzt überlegen. Schade. ich glaube das parallel ablosen und spielen ist jetzt wenn ich gerade der leckfreiheit zukünftig das stimmt aber es hat auch schon davor so gelegt das ist wohl richtig so gibt es nicht auch hier doch das ging auch moin gott das kann man eigentlich nicht bringen sowas hochzuladen hier aber egal ich glaube katze ist auch nicht mehr da keiner mit der scully der rally macht das jetzt im alleingang links ja wie durch eine telefonwurst gepresst ach da ist sie alles gut bestimmt ist jetzt der upload fertig wahrscheinlich also wenn ihr mehr parts während des uploaden sehen wollt dann meldet euch einfach kein problem wir haben das spät ja die muss man sich ja auch können hier scheiße dann kann ich jetzt hier sogar mal auf den typen hier warten jetzt jetzt ja ich glaube aber auch dass ich noch ein bisschen zeit brauche hier weil es okay hier wahrscheinlich idealerweise nichts herausnehmen ja wow okay durch ja super player wie schön geil also so viel zeit muss man muss sich schon ein bisschen da ein aber es ging ja wenn man diesen stern der einmal gefunden hat dann ging es das war doch jetzt echt nice so jetzt kommen wir hier weg es beginnt ernst des lebens was passiert jetzt die meinigen level sehen die kuppe anders ausgabe wo waren denn ganz viele recht recht das ist der midway point ne ja gibt es danach noch koopas in dem level ich glaube nicht du musst wieder zum anfang zurück nicht leichter als das aber es bedeutet katzen wir müssen jetzt eigentlich nur noch das front door level machen und dann haben wir alles geschafft ja es ist super geil hat sich sonst noch was geändert jetzt dadurch achso ich glaube irgendwer hat noch kürbisköpfe auf das meinte matt zu mir aber ich weiß gar nicht mehr wer egal dann würde ich sagen heute war ein bisschen lege aber wir haben es geschafft also jetzt geht es wohl zur front door ich gehe schon mal hin ich gehe schon mal hin nächstes mal oh gott dann ist es ja wirklich bald vorbei oder das ist ja auch schön jetzt das sieht so wunderschön aus oh ja also das ist doch eine nette klein eine nette kleine touch danger so high voltage ja dann tschüss ne freitag bis bald auch bei katzen moin